Moin Leute, es kommt zu einer neuen Folge Terraria. In dieser Folge bauen wir das Haus ein bisschen weiter. Dann kommt später noch ein Bug mit den Partys. Da höre ich Felix halt nicht, weil er einfach verbuggt ist. Und ja, den Rest werdet ihr ja hier sehen. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge und let it go! So, ich hole mal das Zeug von unten nach oben. Okay, Blei am Boss, das kann ich noch unten lassen. Sägewerk, das kann ich hier in die Truhe reinschmeißen. Wir haben da einfach Platzwischendung sonst. Hoppla. Äh, hier ist Zinn. Du sagst jetzt, wir haben kein Holz. Wir haben fucking 174 Holz in einer Kiste. Ja, nachdem ich sie gerade eben coolt habe. Achso. Ah, gut. Äh, Eisenambass ist besser als Blei, oder? Die sind beide gleich gut. Achso. Blei und Eisen ist immer gleich. Genauso wie Gold und Platin. Und Wolfram und Silber. Okay. Äh. So, da jetzt noch oben in den Stuhl rein. Okay, äh. Platinerz? Nee. Warte. Habt ihr alles durchsucht? Nee. 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 Bohrenklaviernebrauch nicht grad. Nee. Und noch eine Lopentür. Nee. Und noch eine Lopentür. Ja. Warte mal kurz. Äh. Den, äh. Extraktionator. Der heißt ja mal schon. Extraktionator. Ja. Den brauchen wir auch. Na gut. Dann nehme ich den Termit. Dann komm ich. Einmal hier rein, bitte. Hm. Warte. Mach. Nee, warte. Ich mach's anders. Rechts oben. Und hier oben. Ah, nein. So. Ich nicht. So. Und jetzt. Zack. Zack. Behausung. Ja. Gut. Passt. So. Okay. Äh. Das geht in die Kiste. Das auch. Wie wir einfach drei von den scheiß Eismaschinen haben. Insgesamt. Geh mal schnell ein bisschen weiter weg. Für den fremden Führer, dass der da reinkommt, oder? Jo. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Äh. Nee, noch nicht. Der hängt noch unten. Alter. Wie der immer noch da unten rumhängt. Jetzt hat's. Jetzt hat's. Danke. Scheiß fremden Führer. So. Okay. Da hab ich nichts. Okay. Dann kann ich jetzt hoch. Genau von den fremden Führer ist nämlich die die Wohnung hier gedacht. Ja. Okay. Da kann man nämlich dann direkt nachschauen was man craften kann. Ja. So. Ich mach jetzt mal kurz gleich Trick 17. Was denn? Ja. 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 super zeitig battus. Raus. Auch da drauf. Ich muss den Raum aus, und da raus. Äh, noch mal schathen, hat mein Gold performance. Aber, hier wird es hier noch alles zu ändern. Und jetzt abgeschauen. Ach, dann wird dir das hafta chooses von los aus. das war eigentlich nicht so richtig von zusammen abgeschaut den kennt man halt eigentlich irgendwie so und also hier steht schon mal alles was wir jetzt haben fürs erste jetzt ist es auch deutlich schädiger ich weiß zu kraften ok die ok das auch zack so topas sind keine Ahnung zauhäufig amethysten sind auch recht häufig scheißfliegender fisch ja ich würd sagen amethysten aber soll ich auch mit topas schon verkraften oder hier sind halt echt häufig die teile ok die kiste ist leer gleich auch aber das hat nur schrott drin und das kometisten schräger rubine lasse ich hm ja komm topas lasse ich jetzt auch noch fürs erste sterb doch ihr seid keine scheiß juggernauts so wo ist die scheiß jetzt wo ist die scheiß jetzt jetzt tun wir so ok so äh du hast ja sand oder ich hab glas ja dann besser du kannst nicht mal in der ruhe verdammt nochmal in den tronen suchen so jetzt weg mit ich rubine ne will ich jetzt nicht verbrauchen scheißviech äh ich finde ich nichts und hast du mondeskasten mal hingelegt bitte gut was glas i need it achso ich soll es direkt rauswerfen so jetzt gehst du dann hoch und kraft dann auch danke wie findest du hier den übergang ja geil was ich ein bisschen komisch find was ich jetzt dann gleich ausändern werd ist dass es hier komisch aussieht ok teigern wo ist das wo ist das scheiß wo ist das scheiß funkelnde steiner block amethyst ne achso meinst du keine funkelnden stein glöcke warte schau nochmal den namen an davon schau nochmal den namen an davon wenns wenns kristallblöcke sind dann macht man die wahrscheinlich aus kristallen und die die kriegt man nicht so leicht dazu muss man in die törle gehen und äh dämonen was nochmal dämonen was weil du es hörst dich bist du an das andere ist davor gehört also was ist das scheiß eisenbahn oder blei da egal auch noch einen schneesturm so der fan für das ja oben jetzt da kann ich dir sagen was ich nicht brauche die ganze zeit so ist der scheiß hört auf das sogar so wo ich die scheiße nicht glas ich meinte die kristall truhe also ich bräuchte die kristall blöcke felix hallo ja jetzt höre ich ihn auf einmal jetzt halt den bolter felix ich höre dich nicht was jetzt schon sagen wollte die kristall bekommt man erst nach der fleischwand und des zweitens jetzt heute felix weil ich heute noch nicht ja weil es gibt irgendwie ein bug bei den partys auf der play sie es gibt einfach ein bug man hört man sich manchmal gegenseitig nicht hallo das ist jetzt belastend also das zeugnet hallo das gibt mir sein ab für die feste geil felix lixfee ja geil jetzt haben wir ein kommunikationsproblem geil bestes leben ich bin aus dem bong und schon nicht so flammenwerfer felix ich höre dich immer noch nicht ich höre dich nicht hallo bitte ich höre dich nicht ich höre dich nicht bitte rede und geld biete es kann doch nicht wahr sein alter ich höre dich nicht ich höre dich nicht felix felix bitte nehmt mal anwender weil ich jetzt generell einfach telefonier mal telefon anmach und anrufen tut bitte nehmt an hallo ich höre dich ich höre dich schon die ganze zeit ja ich höre dich nicht das ist das problem gut das ist jetzt belastend so viel rechts oder das ist mein controller der im arsch ist wechsel mal kurz mal schnell fallen lassen ihn geben das ist jetzt belastend das ist herz am arsch geht so jetzt vielleicht ja ich höre dich dann ist ja gut hallo ja hi jetzt so also ist dein controller am arsch mein controller ist immer ja scheiße aber der controller hier ist auch nicht viel besser hm vielleicht war es auch nie dein headset das ist das am arsch aber vielleicht war es immer dein controller das irgendwann aufgegeben hat aber der hier ist auch nicht viel besser zumindest hört man nicht normal ok die harmonische kopferspitz ach komm goblin start ruhe so äh du atmest ein bisschen laut gerade so besser? ja ja so äh wie machen wir es jetzt weiter äh weil amethyst und ähm warte das ist mit der stadtruhe da hätten wir ein ganz schönes problem das kann nämlich sein dass wir dazu dämonen besiegen müssen ja geil und da muss man die fleischwand davon besiegen richtig ne das nicht ähm hier liegt schon mal dein glas kannst du wieder nehmen ok dämonen dämonen und wo wo leben die dämonen rotes bio oder was in der hölle hölle geil was müssen die mir droppen überhaupt was was müssen was müssen die mir droppen genau das ist alle ach so das waren die kristalle die bunten dinge ja gut ok dann weißt du jetzt was ich graben muss und wie tief ich noch um gottes willen das wird dauern bis ich je da ankomme es werden vielleicht jahre äh vergehen weil mich jetzt noch das wasser abfuckt ah geil und noch ein scheiß bastard hat das bist du ein drecksviech ach gott mal hause teleportieren äh geht das durch heißen die scheiß kisten rein also das ist der falsche knopf den ich drücke ok ok ähm soll ich dir mein holz geben und so die holzwände und die fackeln halt vor allem du brauchst eigentlich momentan mir nicht geben ich könnte es dir aber jetzt schon geben denn da könnte ich einfach die ganze zeit versuchen mich runter zu graben das gibt es dir trotzdem ist mir egal was du jetzt sagst ja ja das sieht so kriest aus ja ne das so 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 und so hier liegt das zeug ok dann kannst du bauen dann Tue ich mal die scheiß Hölle erkunden Vor allem für unserem Haus Also ich würde eigentlich mitkommen bei der Hölle Ja, aber ich muss noch runtergraben, das ist es eine Da kannst du dabei bauen Ja, aber ich hätte mit mir runtergraben Und das Problem ist das Ballwasser Ja, na und? Es wäre cleverer, wenn einer einfach bauen würde Dann würden wir auch mehr Villager Villager vor allem, ja, mein ich bin in Minecraft Mehr Dorfbewohner Trotz Minecraft gefühlt Mehr Leute einfach in unserem Haus haben So, Seile habe ich Müsste da nur noch was herstellen Holz hier Äh So, Real Holz habe ich Da habe ich Da, wo Real So Kann ich es nur noch herstellen Ne, ok So Ok, jetzt gehe ich dann mal langsam runter wieder Baumodus ändern Baumodus jetzt zurück tun Bevor ich noch weiter runter gehe Kannst du mal schnell was machen Ok Drecks trockene lippen So Und ich bin hier wieder gelandet Eisklotz Eisklotz, Eisklotz Noch mehr Zeug Ach, nicht dein Ernst Was? Wieso hast du dich jetzt zu mir teleportiert Ah Mist Bist du gerade weg Ja, ich teleportiere mich immer Jedes Mal nach oben wegen Luft Dass ich jetzt einfach nicht zu viele Herzen verliere Leben Ach so Das Wasser ist einfach nur für den Arsch Gerade Ich glaube ich habe da was für dich Möglicherweise Sicher Vielleicht habe ich einen Wasserabbruch Ich verliere mich noch Sehr nützlich So Was haben wir denn da Wiederbelebung Klinkheit Eisenhaut Top Mauer Vollgrove Den nehme ich mal mit Kiemen Drank Geil Aber nur einen Egal Mindest etwas So Dann nehme ich mit Jobs Du es mir Hallo Ja Danke Zwei Minuten Okay Da muss ich in der Zeit richtig viel machen So Ab in die Hölle Mich wundert es Das ist immer noch Der Ding Das Auge von Cthul Immer noch nicht da ist Ja Aber dafür hatten wir zweimal Blutmund Ja Nervig Aber Ja Egal Ach stimmt Ich wollte ja eigentlich Nochmal was Sagt Wo hast du dich diesmal teleportiert Okay Gute Antwort Was Ich habe gefragt Wo hast du dich schon wieder teleportiert Ja ich habe mich gerade schnell nach oben teleportiert Achso Ja geil also Ich mache jetzt Fortschritt mit dem Auch nur weit runter kommen aber Oh ja da ist eine Höhle Die Erleichterung vielleicht Pilzhöhle Ja sogar Pilzhöhle Ja moin Ist leider noch nicht unter mir Aber egal Ich grabs mich jetzt einfach da durch Ne ist kein Pilzhöhle Es sah einfach nur so aus Schade Oh nicht runter So Wirst du einfach da weggehen Um Gottes Willen Alter Wie viel Wasser das ist 3 2 1 Mein Trank ist um Marcel lass mal schnell das nach unten bauen Warum Wieso Baut zu mir rüber Ich würde so oder so jetzt gleich ersticken Also mache ich jetzt soweit ich kann Junge du bist so dumm Ich sagte baut zu mir rüber Dann können wir das Wasser ableiten Dann erstickst du die Dicksmen Oh Ja wird egal Ne nicht egal Dann erstickst du halt nochmal So So Ja weiter So So Ja gut Weiter geht es immer noch Hier ist alles leer So Bombe 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 Dann mache ich es mal so Das tue ich dann abreißen Kurzen Nein 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 Ich will nach oben Das ist mal weg Und so Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Bitte Leben 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 Ich habe Ich habe irgendwelche Bomben Nope Schade Ich hab's mich nicht getroffen. Okay, ich hab einen Bumerang gefunden, einen Eisspiegel, ein... Ah. Willst du einen Eisspiegel? Eisspiegel? Das bringt dich nach Hause. Okay, gerne. Dann komm mal zu mir, das ist in der Kiste. Ich spreng grad noch schnell den Weg. Ja. Beziehungsweise in den Raum. Ich muss mich halt noch etwas durchgraben, weil... Ich glaub, ich hab hier ein Herz auch noch gesehen. Luft... Sauerstoff... Oh, du hast das außerdem jetzt zerbombt. Das Herz, das ich gesehen hab. Oh, ich bin jetzt auch komplett verrückt geworden. Oh, scheiße, ich war am Sticken, scheiße. Nicht bemerkt. Aua. Egal. Ich komm hier wieder runter. So, so, so. Okay, durch. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Es geht nur, es geht nur noch weiter, weiter. Was? Ach so. Ach so, da wann... Kennst du sowas? Das ist mein Kind? Das ist gegen... Ich wusste nicht mal, dass da ein Wikinger war. Ne. Ja, doch Wikinger. Doch, ein Wikinger war da. Und ich falle. Danke, Zombie, dass du mein Scheiß... Ach, wichs, Zombie. Das war's. Das war's. Wie weit kommen wir diesmal? Bis das Wasser wieder abfuckt. ich hoffe nicht lang ich hoffe wir werden lange überleben so und da ist schon wieder wasser okay aber wir fassen es nicht an ja es ist doch ein schlechter scherz das game will es überhaupt nach links nach links nach links nach links ablassen ja also da sind wir stop 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 ja vor der scheiß weder maus bastard reinkommt um gottes willen das ist ja spaßig bevor ich weitermache ja mama ja wir sind bald in der hölle bald wenn wir die alle umgebracht haben dann wären wir recht nah dran ja mama so und ups nein mama da ist ja paradies dafür zwar piranha city alter so das war's mit diesem erfolg hat es euch gefallen kleine ankündigung achten am 28 kommt nicht noch mal terraria das hat man auch gesehen am 22 24 kam ja des capes 2 mal wieder raus aber am 28 kommt battlefield mal wieder battlefield hardline diesmal da spiel ich team deathmatch und mache eine challenge da ok ja das war's mit der folge hoffentlich hat es gefallen bis zum nächsten mal tschüss und bis keine ahnung 10.000 jahre später vielleicht bald ach wer will es auch wissen